Drei, der Vater. Perfekt, hast du es auslegt. Ich glaub es nicht, der Haro hat sich nicht gehalten. Er ruft zu schauen. Ich wollte die Haro rücken. Ich weiß nicht, der Haro rücken. Ich weiß nicht, André ruft zu schauen. Ist das hier daheim? Ja. Hallo. Bist du hier daheim? Ja, egal. Ich geb dir einen Oper. Na, du bist auch immer bei dir. Ja. Schau. Wie geht's? Ja. Wie war's? Und? Sog sie gestern oben. Der gehört erstmal. Sorry. Halt. Halt sich auch so verlockert. Ich war jetzt in Spezone. Sag mal, oder? Das heißt, dass ich mich hau. Weiß den Hund, der trage sie, dass ich seit der 12 Uhr erhebeln kann. Das heißt, dass ich mich hau. Das heißt, dass ich mich hau. Das heißt, das heißt, das ist ein Halt. Wer ist der Hund? Halt. Ihren Hund? Das ist ein Tschech-Rasel. Das war nicht nachher. Ich hab erst gesagt, warum... Das war nicht nachher. Was sieht denn ein Hund von dort? Das ist besonders. Kannst du den Hund, nicht den Tschech-Rasel? Ich hab ihn gekannt, weil der Ex-Chef war ja gehabt da. Hast du... Hast du ihn nicht gesehen? Na ja. Keine Nähe. Ja. Der Schafe weiß er schon. Der ist ein Jäger. Ja. Wie geht's denn? Da muss ich nicht da sein. Das ist ein Jäger. Da wird nicht gebraucht im Krankenhaus. Ja. Stefan ist ein Jäger. Stefan, ja. Du hast zu viel Spenden. Der Kleine kann ich schon rein. Hä? Der Kleine ist schon rein. Ja, der ist schon sieben Jahre alt. Ich gehst in Schule. Nein. Seid schon, wir sind nach Frankreich. Ja, ich kann schon rein. Raumbreit. Ja, das reicht mir. Trägt mir ein paar Wuppe in der Hause, gell? Das ist schon ein von... Ja. 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 Ja.